Hallo und Willkommen bei Country Life LS19 auf der Karte Gentile, noch immer im Frühling und im Teil 66 angekommen und heute kümmern wir uns mal ein bisschen um den Hof und zwar ihr seht schon, ich schaue gerade mal meine Produktion durch, dass die so alles haben, bis sie sie brauchen und würde mir das dann mal klicken. Ja, okay. So. Hier. Also hier wäre nur ein bisschen Pist. Pist. So, das ist nicht meins, das ist meins, nur da, da ist drin. Unsere Euro-Paletten-Produktion, seht ihr, die ist nämlich deaktiviert, weil Euro-Paletten voll. Euro-Paletten voll. Und sieben. Holz. Da. So, verstehende Produktion sind auch keine guten Produktionen, ne? So. So. Unsere Mehlfabrie, die benötigt aktuell nichts. Das ist nicht unser, das ist unsere Heutrocknung, bräuchte im Prinzip Hackschnitzel. Das heißt, wir müssen wieder Hackschnitzel produzieren. Ne, finde ich sogar. Ja. Allerdings haben wir auch noch. Ui, ist also jetzt nicht so dramatisch. Weil jetzt da sofort... Ne, das kann man nicht... Einmal das Klarkresshaus, da war ich gerade dran, da sollte ja nicht alles sein. Warum auch immer schmeißt sie keine Biomasse raus, aber Salat ist kein Resthacker. Mistlager, gut, das ist nicht ganz dramatisch. Reingucken, da ist ja fast nichts zu können. Aber gut klar gemacht. Damit habe ich nämlich die Felder gedüngt. Äh, für die dritte Stufe. So, die mobile Käserei. Ist voll. Okay. Muss leer gemacht werden. Milch reicht dann noch ein bisschen. Okay. Salzproduktion. Ist auch fast voll. Voll. Dafür habe ich schon bei der Wurst gesehen, da fehlt nämlich das Salz. Genau, hier fehlt nämlich bei unserer Wurstfabrik, fehlt nämlich das Salz. Holz. Stab. Ähm, nitz. M-hm, nitz. M-hm, n-hm. Unser Sägewerk. Hat das irgendwas? Auch habschnitze? die müssen wir im Prinzip nur umlagern. Und ja, war's. So, ich sitze jetzt hier gerade in dem Traktor, das ist ein bisschen doof, weil eigentlich muss ich in dem anderen sitzen. Aber wo ist der jetzt? Und da ist er auch da im anderen Hof, aber da ist er. Gut, dann würde ich sagen, da haben wir auch den hier auch. Auch in dem und den anderen kleinen. Und beide dann. So haben wir den hier. Auf jeden Fall brauchen wir nämlich beide Anhänger. Und dann würde ich sagen, fahren wir zuerst mal in den Fliegerbereich. Machen wir erst mal in den Seegebereich. So, unsere Felder. Wachstum, Unkraut kann auf jeden Fall gemacht werden. Sind alle angesied, sind alle im Wachstum. Unkraut kann auf jeden Fall gemacht werden. So. Unkraut kann auch in unserem Feld. Da werden wir uns also mit denen auch mit befassen müssen. Aber ansonsten, wie ihr seht, außer Feld 20 und Feld 6, bei den Grasfeldern, die sind doch in Düngerstufe 1. Hier würde ich doch nochmal düngen. Sind alle in Düngerstufe 3. Das ist schon mal gut. Die hinteren kuppeln die ab. Die beiden kuppeln die ab. Dann holen wir uns mal den hinteren. Und dann verlagern wir wieder mal das Hatznitzel vom Lager nach dort. Ja, bitte. Einmal. Voll machen, bitte. Und einmal das, bitte. Dasselbe spielen wollen wir jetzt zweimal. Und schon haben wir alles von dort nach dort drüber rübergelegt. Zerüberweg. Der Anfang. Hm? So, und dann wieder runter das Spiel noch einmal. Und dann, wenn ihr es wollt. 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 Wir haben noch jetzt schon ein Lager. So würde ich sagen, wollen wir die erst mal erstellen. So würde ich sagen, So würde ich sagen, das ist schon ein Lager. Ich würde sagen, das ist schon ein Lager. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich muss mal alle komplett ins Lager, damit wir mal wieder etwas weiter rauskriegen. Ich muss auch noch nicht gucken. Aber irgendwie muss man sie rauskriegen. Das ist der final. Das ist der final. Das ist der final. Wow. Ah ja. Ah ja. Ah, das Thema hat man letztes Mal, ne? Hm, stimmt, da war was. Ah, scheinbar ist das. Okay, dann muss ich hier die Gabe nochmal holen. Dann muss ich hier... Okay. Gut, dann können wir die vollen streichen, aber die Holzbretter noch nicht. Dann muss ich dann nochmal herfahren. Dann fahren wir jetzt für Salzbrust, oder? Und wir nehmen den Anhänger gleich hier. Ich schmeiße einfach den Hof hin. Und wir machen jetzt mal ein bisschen rein. Dann brauchen wir die Holzbretter. Und wir nehmen die Holzbretter holen. Dann hören wir ihn vielleicht mal. hop! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich kann den ja auch gucken über den Plattengrubenpreis und den dann verkaufen. Und bitte noch einmal, noch mal zwei Plattengrubenpreis. Und noch mal zwei Plattengrubenpreis. Ich kann ja mal scherzen, was Käse gerade klingt. Boah, nun sicher. Gut, haben wir jetzt aber erstmal das Salz weg. Das haben wir schon getan. Gut, gut, gut. Gut, gut. Gut, gut. Gut, gut. Gut, gut. 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 Jetzt müssen wir hier rumfahren. Und das sind wir dann auch schon bei unseren irgendwie Allesankäufern. Ich werde auf die besten Preise hier. Die haben wir ankauft und die kaufen wir an. Den besten Preis auch. Aber gut, dann ist es gut. Wir sind es los. Und so geht dafür. Und hier wird schon viel mehr drin. Ja und ihr seht jetzt auch. So, fast 70.000 für die Ladung. Das ist auf jeden Fall eingeladen. So. Wenn wir das schon mal haben, können wir gleich noch eins machen. Ich habe nämlich noch einen kleinen Kredit am Laufen. So von 50.000. Und zahlen wir dann gleich mal ab. Dann sind wir bei dir nämlich auch los. Wunderbar. Dann bedanke ich mich bei euch heute fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag. Und wir hören uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020